Als wir gestern aufs Zimmer gekommen sind, haben wir ja diesen Affen hierhin gezaubert bekommen. Den hänge ich jetzt hier ordentlich an die Seite und wir hoffen... Dann stehen wir hier jetzt wieder auf Make-up-Room. Und wir gehen jetzt frühstücken und mal gucken, ob vielleicht später noch irgendwas auf dem Zimmer ist. Wir hatten jetzt schon den Schwan. Im letzten Hotel hatten wir sogar den Elefanten, jetzt den Affen. Schreibt mal in die Kommentare, was habt ihr schon mal aufs Bett so gezaubert bekommen, was Handtücher war es am besten aussah. So, wir gehen jetzt frühstücken. 10.34 Uhr, wir sind... Wir sind zurück. Mal gucken, ob wir heute was bekommen haben. Und... Zuck auf den Kinderbetten. Ein Herz auf dieser Seite. Und auf dem Bett eine Schlange, eine Cobra. Guck mal da. Und? Oh. Lass du das auch mal für mich zu Hause machen? Ich hab ein bisschen so am Rand. Schatz, 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 was genau ist da? Ich kann doch nicht rüberfilmen, weil ich bin erst bei 28 Sekunden. Ich brauch überall eine... Kleine Rose. Kleine. Kleine. Ich zeig dir nochmal das Fenster. Und was ist auf dem Bett? Hä? Blätter und eine... Blume. Nein, aber die haben den Affen weggehangen. Nein, wo bist du?